Wir machen gerade zweiter Versuch eine Aufnahme. Also wir werden jetzt Counter-Fade, das neue, wir werden das blindzocken. Wir werden das erste Mal spielen. Ja, wir haben es noch nicht im Singleplayer ausprobiert. Genau, das ist vom ersten DLC sozusagen. Vom Wolfpack. Genau, von Wolfpack heißt das. Ich freue mich ja schon aufs Chainspack. Oh ja. Hat Chains noch keine Upgrade-Dinger? Hm? Was? Weil das sind doch bei diesen einzelnen Upgrade-Klassen, das ist ja bei einem Hoxton, bei einem Dallas. Und jetzt bei dem Technischen ist jetzt Wolf. Hä? Egal. Ja, wenn du auf... Ja, keine Ahnung, bei Dings im Wiki stand, dass Chains der Support-Hainy ist. Okay, ja, jetzt starten wir den Server. Ja. Dann kannst du ja gleich schauen. Also wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Das stimmt. Aber es sieht nach weiten Ebenen, also nach ziemlich weitersicht. Ja, keine Ahnung. Da werde ich meine... Ja, es ist meine Brennerwolle. Ja, das ist meine Brennerwolle. Durchschnitt B.M.K. Schon wenn du jetzt auf Upgrades gehst, und auf bei Assault, ach so jetzt, ah, hier sieht uns nicht. Aber wenn man es im Hauptmenü macht, dann ist bei Assault Dallas, bei Shopshooter ist Hoxton. Ähm, und bei Technischen ist jetzt, ähm... Meinst du bei den Bildern, oder wie? Bei den Bildern, ja. Ach so. Ja. Das ist mir doch egal. Egal. Das meint, also das meint ich damit, das wäre. Ja. Äh, wer nimmt die Doktor Back und wer nimmt... Ich nehm die Ammo Back, so. Ja, ich hab Doktor Back auf höchstem Level. Okay, ähm... Ja, also ich bleib auf Support, ich werd noch Support fertig machen. Okay. Bis Level 48. Okay. Ja, das müsst ihr... Und dann werde ich auf Assault umsteigen. Okay. Ne, dann werde ich auf Technischen umsteigen und danach auf Assault. Okay, mach das. Während Nikolas das Mainstream-Opfer sofort auf Technischen umgestiegen ist. Wie so Mainstream-Opfer, ja. Das macht doch jetzt jeder. Jeder, der sich das Wolfpack kauft, steigt erst mal auf Technischen um. Und ich übelste Hipste. Ja, weil sie sehen wollen. Weil die Sentry Gun einfach fucking praktisch ist. Ja. Mainstream-Opfer. Wir haben jetzt doch kein einziges Mal gespielt. In der Aufnahme. Ja. Die guys haben ja oft zu Labe. Genau, das geht nicht. Bode ist Pool-Repair? Bonjour. Es ist Michelle. Over at Keill Street. The pipes, you know? The ones you've supposedly fixed. They're leaking again. Sorry to hear that, sir. We'll send our guys over right away. Yeah, you hurry. Wow. They brought it. Let's drain the place. Suit up. Load them. Get to work. Get to work. Oh. Bode. Oh. Ähm. Ein nettes Outfit. Ja, Mann. Moment, ich hab's ja gar nicht an. Er hat's bis mir durch. Du hast sogar so Hosenträger. Oh. Ach, ich hab ja keine Beine. Ja. Hä, aber ich seh's, wenn du nach unten schaust. Ich seh nichts, wenn ich nach unten schau. Also ich seh, dass du nach unten schaust. Ach so. Oh, wie die Tür aufgeht. Wär's der Sie gewesen, hätt's mir jetzt die Beine gebrochen. Ich seh mich jetzt erst mit dem Haus hier oben. Gehst du gleich runter? Ja. Nö. Ich traufe zu so ohne. Ah, there you are. Fast for once. Uh, guys, I've got to show these people down the basement. Ah, er führt mich ins Basement. Das erinnert mich ein bisschen an Hitman. Keine Ahnung warum. Ja, wegen dem Pool und dem Haus. Ja, und jetzt kein Chassis. Oh, nee. Pool is not the only thing I need service. Alright, down here. Hat die gerade Russisch. Die redet Russisch. Ist mir doch egal. Okay, dann. Äh, wie denn ohne den Heist zu starten? Wahrscheinlich gar nicht, dann gibt's aber vielleicht... Dallas, komm runter jetzt. Dallas, komm. Gibt's dann noch ein zweites, ja, muss noch ein zweites Code-Log geben, aber wo ist das? Warte mal, ich mach mal, man. Sound. So. So. Aber weil Wilsons Code-Log und mit Mitchell. Okay, warte ich schon mal... Keine Ahnung, vielleicht sagt ihr, oder einer von uns, also ich, weil ich schon rum mit hoch gehen und die Crowd kontrollieren. Naja, also wenn wir den Heist starten, sind dann wieder alle angepisst, oder? Ja, die Frage ist, ob die alle als Zivilisten zählen oder ob die hier auf einmal ein Maschinengewehr aus ihrem Handy ziehen. Genau, nur gehen wir erstmal alle runter und... Ja, das sehen wir dann. Bleiben aus der Sicht weiter, weil vielleicht sehen sie uns nicht. Vielleicht. Ich bewacht die Treppe. Wenn wir schon so gut getan sind, warum sollten wir jetzt auf einmal losbrüllen? Nääöööööööööööööööd Ja... Ok, dann. Ah ok. Und wo ist denn alles? Kommt doch nicht rum! Ok, ein Kerl hat begeistert. Bist du bald, wir kommen wieder? Wo ist das? Wie kommt man da runter? Der ist in einem anderen Keller. Ja. Wahrscheinlich in dem hier. Ja, ich weiß, aber da war ich schon. Da kommt man. Hier ist ein... Hold F to move the bookshelf. Ach. Was? Seriously? Ja, Geheimtür. Oh. Ich bin halt nicht schlau genug für sowas. So. Ich hab keinen einzigen Polizisten gesehen. Ich habe keinen einzigen Polizisten gesehen. Ok. What? Ok. Hier kommt Reality. Es ist ein Polizisten. Kommt nach 30 Sekunden. Boah. Ich sterb's schon. Hier kommt Reality. Also ich würde sagen, jeder von uns schnappt sich einen Kollegen und dann... Bleiben wir in der Gegend dann, oder? Also jeder bleibt bei einem Kotler. Ja. Also ich... Ich nehme Hoxton. Ok. 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 Bleibst du... Bleibst du hier oder gehst du rüber? Ich geh rüber. What the fuck? Hoxton ist grad in die Decke gesprungen. Ok. Ok. Ich bin in der Nachbarschaft. Oh. Da hinten sitzt du schon. Engage! Engage! Wie hat es gesagt? Polizist wahrscheinlich. Aber wo ist er? Der uns nicht drei Wände gesehen hat. Yo Dallas! Follow my name! Oh shit! Oh shit! Oh ne! Kommt rein Hoxton! Oh du willst mich verarschen! Wow! Oh du bist! Oh du bist! Du überfotzst! Wow! Wir streamen auf. Ja. Ok. Der ist halt raus. Dallas! Neues Update. KI jetzt und 50% schlechte. Oh fuck. Der Jump over the fence. Shit shit shit. Wo häng ich? Wo häng ich? Lass mich verarschen. Ich bin an nem fucking Shield hängen geblieben. Wow. Oh han sich beide ausgefallen. Okay. Oh wow. Boah. Schon wieder ne fucking Smoke Grenade. Alter ehrlich was ist das denn? Boah. Wie die Kugel sich das Glas hören. Boah. Die Boxen kommen wieder rein und springt so gut. Boah. 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 Ja der Mutter. Boah. 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 Ich platz hier schon mein Medic-Bag. Ich weiß nur noch nicht wo. Ach, hier unten bei der Tierblatt. Das Teil ist ausgefallen. Sexy. Ja. Komm runter. Komm runter. Ich hoffe, sind wir sicherer. Was ich mich frage. Ja, wir waren alles anders auch im Arsch. Was sollten wir eigentlich machen als... Dingens. Als langs. Also wenn wir wirklich... Dingensarbeiter gewesen wären. Für die Abflüsse. Warum fällt mir gerade das Wort? Ich Klempner. Genau. Wenn wir wirklich Klempner gewesen wären, was wäre denn unsere Aufgabe gewesen? Keine Ahnung. Hast du nicht gesehen, dass da Wasser runtergelaufen ist? Ach so, nee. Was ist mit der KI los? Was ist mit der KI los? Wir sind hier ohne Wasser dran. Jesus. Jesus. Gee, I wonder what this is for. Hope you guys don't get to my house. Ich hätte wissen, dass er mit dem Schiff nicht nachbauen. Mit was? Das ist ein Schiff. Nee, aber bestimmt konnte er mit dem Schiff angefahren. Oha. Oha. So, auf geht's. We're released from the custody. Ähm. Nehme ich gleich mit nem andern gefangen. Du kannst dir übrigens vom Medic Bag was nehmen. Du musst nicht mehr sparen auf Level 3, glaub ich. Ach so, oh, ich bin rot. Ja. Ja. Ja, lass. Dann vielleicht bemärmt. Bro. Sofort bemärmt. Oha. Spiek. Wahrscheinlich sind jetzt irgendwelche Security Guards und... Wow. Ich dachte, das wär's gut. Oha. Ich dachte, das wär auch FBI. Alter, mit der Waffe kann man kaum zielen. Oha, Recoil, das ist echt hardcore. Mit der AK oder mit der Strick oder wie die heißt? Äh, Strike, glaub ich. Ich hab die AK noch nicht. Oh. Wenn wir ne Crowbar finden, können wir die Türen aufbrechen. Oh, woher weißt du das jetzt? Weil ich an der Tür ran bin und da stand die Unita Crowbar. Ach so. Oh. Ja. Ja, oder so. Ähm. Warum haben wir keine mitgenommen von Anfang an? Oder hast du eine? Mit Inventar? Nee. Für mich steht auch die Unita Crowbar. Ich mein, wir haben doch eine aus No Mercy, die einfach grundlos in unserem Inventar aufgetaucht wird. No Mercy ist noch nicht passiert. Hm? No Mercy ist noch nicht passiert. Es spielt ja vor No Mercy. Sind die Missionen chronologisch aufgebotet. Denk schon. Und ich denke nicht, dass sie nach der Zombie-Apokalypse noch weiter ausräumen. Wer sagt, dass die Zombie-Apokalypse sofort auskriegt, kann ja sein, dass sie noch zwei, drei Tage Zeit haben. Ich mein, soweit's ne Witch gibt, is shit real. Das ist die ultimative Regel. Ähm. Also, was müssen wir jetzt machen? Grober finden. Ja. Bestimmt im Bad hier. Gleich hinten in der Türrolle. Oh. Oder hier in der Garage. Wow. Ich glaube, das macht mehr Sinn, ja. So'n Haus hat schon was. Ist doch ein bisschen zu offen. Ah, ich hab hier ne Schaufel. Könntest du sie aufheben? Nö. Schön wär's. Jesus. Ah, ne, hier in der Garage gibt's keine Körbe. Vielleicht liegt hier noch eine unterm Regal, das wär fies.